Für einen von uns gab es während der Folge ein bisschen wenig Bestrafung, deswegen gibt es jetzt eine Bonusrunde! 3 Sekunden, Fummiband schneiden und du musst den Daumen zeichnen. Währenddessen komm still drüber. Los geht's jetzt! Stellen wir uns alle in der Reihe auf. Jeder kann richtig festziehen. Auf die Plätze, fertig, los! Das war ja gar nicht klar sicher. Oh! Nein! Ey, mal noch! Mal noch! Was meinst du, das ist populierend? Der ist kein Baum! Der muss kein Baum auf! Wir machen einen Bonus, 30 Sekunden! Oh mein Gott! Okay, wir sind in 3 Sekunden auf! So! Schön! Warte, mach mal! Alex, zieh du, zieh du! Sehr schön! Ich hab sogar Posten gemalt! Ey, sogar eine Sonne noch gemalt! Schön, schön, schön! Was von den 3 Sachen ist der Baum? Okay, darf ich kurz erklären? Ja! Das ist der Baum? Das ist sogar, das könnte auch ein Steinpilz sein! Der ist auch wie ein Brokkoli! Äpfel, Baum, Sonne, Wolke! Das war's! Danke, Mann! Danke, Mann!